Über zwanzig mal voll Ich habe jetzt nicht gekiebt Kiebt dann im Anschlusswein Aber ich würde mal von B4 sagen ja So jetzt wirst du der Truppenführer Ich würde ja fast den blauen Tonnen anholen Geht, dass jemand da bin? Na weißt du, hatte ich auch erst übernägt Na gut Stadion sind sie schon Hm Lauter sind doch ein paar unterwegs Vielleicht müssen wir eher nach rechts von der Lupe aus gesehen landen Ah, ich glaube nicht wäre besser Zum Beispiel unten bei den Felden Die Helden Ja Da sind nämlich oben Manchmal liegt die Erdekisten drin Ich hoffe, ich bräuchte mir jetzt die Wiener Manchmal ist hier eine Aufgabe Schau Ude Schau Ude Schau Ude Schau Ude Schau Ude Schau Ude Wunderschön Schau Ude Rausgeprügelt An die Gleich mal an die Häuser Follower Genau Dann haben wir die Häuser hier direkt Ich glaube, das war nämlich auch so eine Mauer, oder? Ne, die war ein bisschen höher Ein bisschen höher Deswegen ist es nicht genauer Ich hatte auch überlegt Aber ich dachte dann Ah, vielleicht Ticket zu hoch Ich habe mal einen Raketenwerfer mit Ich mache mal einen Raketenwerfer mit Ich nehme mal einen Raketenwerfer mit Hier ist ja auch nuscht Hier ist ja auch nuscht Hier ist halt super, ich werde den in der Stadt Gegenüber hin Hier ist auch nuscht Hier ist auch nuscht Hier ist auch nuscht Bei mir waren da für zwei Kisten gleich Eine Kampfflinte Da brauchst du sowieso nicht Gucken wir hier ein bisschen Richtung Süden Gucken wir hier ein bisschen Richtung Süden Aufhol Gerade gesehen Schalldämpfer stummeln wir Schalldämpfer? Nein Zeitlöcher Aber vier Platten Darf doch nehmen wir seinen Platten nach Ja, gib mir mal zwei, bitte Ja Achso Danke Wollt haben wir auch hier noch Geld zusammen? Sehr schön 1,6 noch Lass mal weiter gucken In die Richtung nochmal Da oben landet einer Haben wir jetzt nicht markieren können Durch den Baum Vielleicht ist ja hier noch was Wir brauchen ja nicht mehr viel Geld Wir brauchen ja nicht mehr Geld Gleich in der Nähe von dem Geil wie er entfällt schon gehört hat Irgend über die Mauer gesprungen was Ich geh mal hier rein Ah ja Sehr schön Reicht aber noch nicht Was? Reicht noch nicht? 100 noch, ne? Nee, 400 noch Der Feind nähert sich Der Feind nähert sich Oh boah Team ausgelöscht Alter, das war mal ein Krampf Jetzt gerade hier Ich dachte erst du bist nämlich Weil du ja genau neben mir bist So, okay Ach nee, du bist da hinten Boah krass Boah krass Gut, äh Schön Wir brauchen jetzt immer noch 300 Dollar Wie sieht es hier hinten aus? Hier war ich schon drüber Hier ist nichts Hier ist noch ne Kiste Hier ist noch ne Kiste Oh ja Perfekt Das selben Sturmgewehr Das selben Sturmgewehr Mhm, na gut Braucht jetzt eh nicht mehr Hm, na denn Können wir zum nächsten Shop fahren Genau Der ist wieder da hinten Ja Egal was du brauchst Gehst du diese Händler Oder wir laufen hier runter Egal was du brauchst Gehst du diese Händler Aber ich denke das ist Das ist die bessere Idee Gib mir mal erstmal deine Kohle bitte Erstmal fangen wir so an So Ich hab Parkgeld gefunden Man, einfach nur wieder da runter Nimm mal Nimm mal Nicht mehr und nicht weniger Kann ich eigentlich mein Sniper mitnehmen machen Nur wie du willst Gehst du? Oh, ich glaube links war gerade einer Ich seh Aktivitäten Hm Ich bleib erstmal kurz hier Ja In deinem Shop war er Hier ist er da rechts rein gelaufen In den Vorraum Und jetzt muss er hinterher kommen Team ausgelöscht Ah, fast schon Sehr gut Ich glaube der war ja nicht am Shop Ich glaube der wollte Ne, der war nicht am Shop Ne Hier ist rechts je nach Luftschläge miniert Ich bin hier hinten Ja Ja War ein Team ausgelöscht? Ne Wenn du jetzt von vorne kommst Komme ich gleichzeitig von hinten Ihr bei mir Da in dem Raum drinnen Alles klar, sehr gut Ich bin jetzt bei dir drinnen Jetzt haben wir eine Annäherung von dir hin Sehr cool Sehr schön Jetzt machen wir so eine Weste Hier kommt einer Boah der hat mich instant Ey Was ist los? Einer nur Habe ich Krass Alter, er hatte mich sofort tot Das ist der Gulag Überlebe Um erneut eingesetzt zu werden Scheiße Warte mal Wird immer gedroht Ist ja geil Das nenne ich mal einen richtigen Kampf Du bist dran Kumpel Mach dich bereit Na gut Ich warte ja in der Seedlinie Na gut Wenn du hier gewinnst Geht's zurück an die Front Verlierst du ist dein Kampf vorbei Schalte sie aus oder Schalte sie aus Schalte sie aus oder Schalte sie aus Schalte sie aus Oh ich hab's tatsächlich geschafft Du fährst dann die Front zurück Das hast du dir verdient Du fährst dann die Front zurück Das hast du dir verdient Ja Also wenn er sterben will Ja wenn er sterben will Bist du jetzt von hier unten? Ja Ja Wenn wir das Geld aufteilen Dann können wir Beide Wiederbelebung nachholen Ja Ich hab jetzt noch extra mal Geist mitgenommen Der letzte Ding her Ich geh erstmal drüben wieder rein Wenn das Gas kommt dann Oh hier ist ein Sniper rum auf die Ja 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 genau Jetzt keine Schritte Schritte Der kommt nicht hier rein Könnte sein Der ist hier direkt Er steht hier Okay K.O. Oh Wichtig ist jemand gelöscht Ja wunderbar Hier ist noch einer draußen Wo? Seh nicht Du bist sicher Was? Da wo der ne 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 Wo der gelbe Boppel ist Wenn ich ihn habe sagt Bescheid Da wo der gelbe Boppel ist Da wo der gelbe Boppel ist Ich hab ihn geblendet Ne Ist K.O. Also beziehungsweise Ja warte mal Ist er richtig tot? Ja Ja Baldiger Ausbruch Na herrlich Ja ja Hier ist noch ne Gasmaske Will das jemand abend? Hab ich schon Okay perfekt Ja 13.300 Können wir uns noch irgendwas kaufen Wir können uns noch Drohnen kaufen Gebst du mir mal ein bisschen Geld ab Dann hol ich mal ne Drohne Ja Ausnahmsweise Ja Warte kurz Ne komm ich holen Präzi Präzisionsluftschlag Wir müssen den zähle ich rüber dann Was soll ich denn noch holen? Wenn nicht holst du ne Drohne Ja wir haben noch ein bisschen Zeit Aber Alles gut Hast du hier schon so ne Rüstungstasche? Mach mal hier rein Ich hab ne Auslieferungsmarkierung Krass Ach jetzt hab ich den Clusterschlag überschrieben damit Jetzt hab ich umsonst Geld aus Achso Ich dachte Der Clusterschlag liegt jetzt wahrscheinlich draußen Schritte Links von uns Ja Genau gegenüber Südosten Genau gegenüber Machst du auf Ja Langsam Warte Jetzt kommt er Er geht die Leiter hoch Ne Doch Ist tot Habe ich Team ausgelöscht? Ja Weiß ich nicht Wir müssen auf jeden Fall jetzt gleich rüber Ja Alles gut Ist nicht weit Okay du hast schon 6 kills Ich hab 4 Hier links neben mir Okay Ist tot Alles klar Ja ist klar Richtig Gut Rüber Das Gas breitet sich aus Sicherheitszone wird verlegt Kann ich ihn auch looten Hat er dir irgendeinen Sniper Gewehr bei ihm? Ne Schade Oh Gott Naja ich will so nie was das jetzt gerade sollte Ich hab noch eine Munitionskiste dabei Oder ist das eine Panzerbrustkiste? Ich weiß das ja nicht genau Also ich brauch betet nicht Kannst du gerne aber halten Ich hab so ja noch eine komplette Ausrüstungslieferung dabei Ich hab übrigens auch noch eine rote Diese Karte dabei Ah ja Dazu müssen wir ins Stadion Ne dafür müssen wir die ist für Achso ja doch ne Die kann sein schön für den Bunker noch wieder Wollen wir am Stadion eigentlich lang? Oder wollen wir rechts rum? Warte mal kurz Hier ist ein Gegend Aber ich würde lieber rechts rum gehen Tatsächlich würde ich hier am Stadion lang Weil da kommen wir ja auch nicht durch Naja obwohl doch Aber es ist trotzdem scheiße Na wenn wir erstmal da sind Jetzt der Weg ist halt scheiße Der Weg ist scheiße Ja genau Lass uns zwar erstmal hier einfach nur einen Auftrag markiert So als Wegmarkierung Naja Ja genau Ja genau Okay Was ist das für uns Luftschlag bei Okay Was ist immer los? Drei Minuten haben wir Da oben Na komm schon Scheiße wo Kommt der runter? Bei den Zelten jetzt so Da oben ist einer drauf Der wurde gerade abgeholt der da runter gesprungen ist Den ich nicht markieren konnte Oben auch im Dach war hinten noch einer geradezu Auf dem roten Dach Also auf dem roten Haus da Auf da Ja Da oben Meine ORM Wir müssen ja auch nicht aggressiv Wir müssen ja nicht weit laufen Wir können ja hier Ne Ich hab auch noch den Klasse Schlag Ja wunderbar Und wie gesagt Wenn jemand auf dem Dach siehst Nicht aufs Dach Sondern kurz davor Dann kriegen die ja wohl die Warnung nicht mit Weil wir nicht gewarnt Ich versuche auf jeden Fall dran zu denken Oh Oh Muss ich mal nachhören hier Herzschlag Sensor Dann können wir hier rechts an der Wand lang laufen Würde ich sagen Ja Genau Dann haben wir zumindest in der Seite schon mal mehr oder weniger safe Feindliche Drohne über uns Gas kommt Ja Ich hab gar jetzt Aber die Die Welle geht Ich nicht Jetzt natürlich nicht Aber egal Wir haben auch noch mal ne Ausrüstungslieferung So ist nicht Wir können die auch hinwerfen Oh Das war sehr nah Mh Mh Von links würde ich sagen Ah ja von links Ach ne lasst mal ruhig Eigentlich läuft sie Ich bin dann zufrieden gerade eigentlich Ich hab mich jetzt mit der Waffe hier warm gespielt gerade Ich gucke links so ein bisschen ja Versuch rechts den Blick zu halten Also jetzt gucke ich auch links Aber Hier vorne füllen wir mal rein ins Haus Das reicht ja schon Wenn der durch den Gang Mh Gucken wir mal nicht dass wir hier irgendwie durchs Gas Dass da mal Leute durchkommen Scheiße das recht noch nicht Ich bin auf der linie Könnte eng werden Also ich muss mal Herzschlag Gas Maske Ja Herzschlag Sagt aber gerade nix Das Gas weitet sich aus Sicherheitszone verlegt Trotzdem wir hier nach außen Machen wir mal Wie weit ist das Das ist ein Stückchen Hier auf dem Dach sind sie Wir haben auch noch Wir haben noch nicht so viel Zeit Die vierte Zone ist wieder relativ schnell Soll ich mal einen Clusterschlag dahin schicken Oder Nee komm mal lass mal noch ein bisschen laufen Kannst du Achso Komm ich mach mal hier Ich bin erstmal in dem Haus hinter dir Ich bin erstmal in dem Haus hinter dir Müssen wir uns dann aber absprechen wo wir lang wollen Dann verlierst du an Boden So wir müssen Scheiße wir müssen ja eigentlich Oh das ist eine schnelle Welle David Da haben wir keine Zeit Ja dann halt äh Links lang oder was Lauft Lauft zur Zolle Ja Mal auf links lang gehen Müssen wir halt gucken Gerade dort hoch raus Jetzt Dass sie da nicht runter Die Sprung kommt Ja Da ist schon der Erste Der springt weiter Ich geh jetzt hier geradeaus weiter Ja ja ich geh jetzt hier auch geradeaus weiter Das ist mir nischt Also wir haben noch ein bisschen Abstandsintest Ja es ist echt schnell Muss man nicht sagen Deswegen Pass auf dass du nicht an den Häusern hängen bleibst hier Ich guck vor allen Dingen immer noch mal nach hinten Ob da nicht nur einer kommt Und wie Oh diese Puppe da Sieht aus als wenn da einer steht Hier durch? Hier vorne können wir durch Ah hier genau Ab heute bist du bei Oh Ah gut Nicht so viel Rechts neben uns Hier hin Hier wurde gerade Hier belebt Ja Nein Nein Selbst wieder Scheiß mit dem Gas Alter das ist die scheiße mit dem Gas alter Den Tod alter weil wenn man sich selbst wiederbelebt was sehen ist Aber die sterben auch Ja, toll. Schaffst du es aber noch. Das Gas kommt näher. Neue Schleifung ist markiert. Also die sind hier staubend. Ich komm ins Gulag. Ne, hä? Was? Das geht nicht. Man muss das ein gewisses... Oh Gott, ey. Ich bin direkt dran. Ja, voll der Klopp. Wollte ich aber unbedingt jetzt mit Paramell. Oh, die Ausrüstungslieferung. Ich lande da jetzt direkt. Oh, die Ausrüstungslieferung. Ich lande da jetzt direkt. Ja, na klar. So, ja. Aber dann wartet hier oben. Entdeckt gerade, dass du dich viel Munition hast. Ja. Ah, ich geh mal weg, was mach ich jetzt. Munition zu. Ja, das stimmt aber wo. Hier in dem Haus, links, geradezu. Oh, okay. Hey. Hast du ihn gesehen? Ja, hab ich. Okay. Auch vielleicht der vorletzte Typ. Oh, hinter dir. Wahrscheinlich. Über dir. Über dir. Keine Ahnung. Die sind alle an dem Haus. Ach du Scheiße. Werde auf, ey. Der kommt nicht so... Naja. Jetzt noch warten. Ja klar. Jetzt nicht unbedingt das... Was macht der denn da? Du hast noch C4-Ding dran. Du hast noch C4-Ding dran. Ne. Äh. Halt hin. Rechts da war er, glaub ich. Oh, da vorne war einer. Oh, da vorne war einer. Das ist schon mal ne weiter Unterschied, ja. Ah, Platz 10. Aber guck mal, 8 und 4 ist doch okay. Naja, ich würd's mir ja mal angucken. 8 und 4, krass. Ach, schade. Mit so vielen Kills sind wir eigentlich immer unter den... Wenn du überlegst, den Win gestern, hast du mit drei Kills gemacht? Oder haben wir...